Ja, kannst du ruhig machen. Also ich habe vorher immer auf das E geskillt. Ich wurde aber heute in der Heldenliga mit dem anderen Account richtig hart gereckt von einer Zarya, die nur auf die passive geskillt hat, also nur auf Energie. Und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Also überall wo geht, in die passive, hatte die geskillt. Ja, das war ja richtig OP, als die Energie gar nicht mehr wegging. Als sie das gebufft hatten, bevor sie es wieder genervt haben. Ja, aber die haben ja nur das genervt, ne? Ja, ja. Dass die Energie jetzt wieder runter geht. Das war das Einzige, was mich interessiert von den ganzen Dingern. Ansonsten fand ich schon vorher okay. Ich habe immer wieder, vergesse ich das blöde Pferd, ne? Ich muss gleich erstmal die neuen Helden da durchgehen. Mit den Pferden, ey. Die ist schon auf dem Weg zu Level 8 und ich habe immer noch nicht das Pferd drin. Oha. Na ja, gut. Gibt mir XP für uns, ne? Denen eigentlich nichts gebracht, hier zu fünft in der Mitte zu gammeln oder zu viert. Zu viert. Kreisers unten dann hier. Okay. 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 Die Altäre? Die Altäre sind bereit. Nehmt sie ein, und zwar schnell! Zwei Botlane, einer tappt unten, also müsst ihr oben höchstens einen haben. Äh, höchstens zwei. Ja, ja. Ich werde die ganze Zeit gerupte beim tappen. Jetzt hab ich's. Wir haben beide oben gekriegt. Und hier. Sie sind schrecklich. Was ist das? Wir stehen. Die sind schon wieder zu dritt unten Jetzt zur fünfte in der Mitte Hier habe ich einen Watt Das war das Leise Die sind schon wieder 4 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9 Das war's für heute. Das war's für heute. Good job. Das war's für heute. Und uns getappt. Alter, alles hat mich geblockt. No. Habul. Ich fahr nicht zurück. Okay. 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 Ein Tampfer ist unterfangen. Ja, ein paar Sekunden. Hast du gesehen mit der Grappi-Bombe und ich baller da noch mit Kuh rein. Oh man. Schöne ist, dass jetzt 3 unten sind. Das heißt, die können oben nicht tappen. Ja, und die holen ihr Ding zurück. Zumindest 2 davon. Uuuuh, ja die Jaina kriegt's. Ah, schade. 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 Kennt man... Oh, 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 oh. Ooooooooh! Schade! Oh my god! Das ist natürlich jetzt Kacke! Richtig! Aber ich sag mal so! Einen holen wir! Raffi-Bombe! 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 Die Allere gehören denen die für sich bereich brauchen! Zieht zu dass ihr das seid! Gute Arbeit! Wunden wie sonst! Wer sich dem Raffenszen widersetzt, hört! Raffi-Bombe! 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 Hallo, caps. Mitte des Schlachtfelds führt. Nutz ihn weise. Oh, ich werde meinen Helden ebenfalls diese Möglichkeit bieten. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Puh. Puh. Ah, Chromie. Ah, gar Tracerfutter. Ja. Hm. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Hm. Comeback-Time für die Enemies, oder was? Das sieht so aus, ne? Lol, die sterben noch an den Gebäuden. Thrallon ETC. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich liebe dich. Das war's für heute. Das war's für heute. Die drücken wir unten ganz gut. Komme. Nehmt die Altäre ein, enttäuscht mich nicht. Die Altäre sind wieder da, erobert sie schnell! Hast du da gesehen? Nice. Die Gravi-Bombe. Die Grabenfürst kann dir die Herrschaft nicht absprechen. Die Grabenfürst. Die Grabenfürst. Höchst erfreulich. Die Grabenfürst. Die Grabenfürst. Die Grabenfürst. Ja Nee, ich vote für Skip Ah, das ist der Beine, wäre echt sehr gut In dem einen Spiel, was ich heute verloren habe, da habe ich auch geschrieben, ich vote für Smule Weil das so krass war, Smule hat alles wieder hochgerappt bei den Gegnern War echt hart Ja, aber ich glaube das Bild ist ganz okay